Entschuldigung, ich kenne mich in diesem Geschäft nicht so gut aus. Könnten Sie mir helfen, ein paar Dinge zu finden? Ja, natürlich. Was brauchen Sie denn? Ich benötige Eiscreme. Ist es in der Gefrierabteilung? Ich benötige Eiscreme. Ist es in der Gefrierabteilung? Ich benötige Eiscreme. Ist es in der Gefrierabteilung? Ja, das stimmt. Dort entlang neben den Abteilungen für Milchprodukte und Obst und Gemüse. Ja, das stimmt. Dort entlang neben den Abteilungen für Milchprodukte und Obst und Gemüse. Super, danke. Außerdem brauche ich Reinigungsmittel. Super, danke. Außerdem brauche ich Reinigungsmittel. Okay, die sind dort drüben, neben der Kasse. Okay, die sind dort drüben, neben der Kasse. Okay, danke. Dann fehlen noch Batterien. Sie sind im nächsten Gang auf der linken Seite im mittleren Regal. Sie sind im nächsten Gang auf der linken Seite im mittleren Regal. Sie sind im nächsten Gang auf der linken Seite im mittleren Regal. Sie sind im nächsten Gang auf der linken Seite im mittleren Regal. Sie sind im nächsten Gang auf der linken Seite im mittleren Regal. Sie sind im nächsten Gang auf der linken Seite im mittleren Regal.